Ey, hohoho, warte, 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 warte. Ich glaube, es wird Zeit für ein Turn-Spezial auf Alien. Hallo, oh mein Gott. Was geht ab, meine Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren GTA 5 RP-Folge auf meinem Kanal. Heute mit den Boys wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall vor dem Gucken direkt das Video liken, abonnieren, falls ihr neu seid und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Okay, ich würde sagen, ey Jungs, was ist hier? Max? Ey, Zuckerpüppchen, ey, Lufti, was geht ab? Was geht, was geht. Okay, alle besoffen, ich werde jetzt erstmal hier eine kleine ruhige Ecke zum Pinkeln finden. So, Lufti, wo sind Flauen? Oh nein. So, mach mir kalt. Ja, ich muss kurz auf Toilette. Ey, Tua. Hey, Max, was geht? Stig, komm, 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 stig, komm. Was, du machst Faxen mit Tuaan. Ja, komm hin, komm hin. Oh, Flo klickt auch auf, lässt ihm egal. Ich muss nicht rein, ich muss nicht rein. Ey, Jungs, 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 Tuaan. Tuaan, Tuaan, Tuaan. Ey, hört auf zu schießen. Ey, Tuaan, hört auf zu schießen, Digga. Tuaan rastet richtig aus. Okay, 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 okay. Mann, Mann, Mann. Du hast meine Freundin verschreckt hier. Willst du wieder warme Milch haben? Ein bisschen Honigmuck. Weil mit Milch. Ich muss ja deiner Sprache sprechen. Weil mit Milch? Nein, die Flaßlufti. Weil mit Milch. Ey, Max, was ist so los mit dir, Junge? Hand ausgerutscht. Lass mich hier durch. Ey, Jungs, kommt mal raus, kommt mal raus, kommt mal raus. Oh mein Gott, die sind alle tot. Ey, Mäuschen. Ey, hast du gerade noch was mit mir geschmissen? Wer hat was geschmissen? Du hast eine Flasche auf mich geschmissen. Die Scheiben ist kaputt gegangen. Hä? Das war, äh... Hallo, Lufti! Ey, ähm, hi. Ich muss dich was fragen, kann ich mein LKW ein bisschen parken und du passt drauf auf, dass niemand was klaut und so? Digga, was, ähm... Was ist das denn für ein Gerät? Ey, bist du überhaupt aufs Gelände gekommen und D? Leute, entspannt euch, das ist mein Geheimnis, ja? Warum hast du die Scheibe eingeschlagen? Nein, ich wollte die Klimaanlage kaputt, die Fernseher kaputt. Ey, ey! Ey, ey, runter mit ihm! Äh, was, was ist, was hast du denn da jetzt, äh, drinne? Nichts, nichts, Lufti, keine Angst, alles, äh, alles, äh, legal und so. Ich parke nur... Mann, tu einen Kopf zu schnüffeln wie ein... Ey, mein Motorrad, bist du bescheuert oder was? Hab ich nicht gesehen. Eih, eih. Oh mein Gott. Ich würde da erstmal ne Abreibung geben, Lufti. Ey, das Verhalten... Ist gut, zwei, nee, da ist nur halb so wissig wie ein Auto. In die Kommentare schreiben. Alles gut. Alter Schwede. Ey, Lufti, ich kaufe dir ein neues, wenn ich den LKW sicher zurückgebracht habe. Äh, warum, hä, was ist denn da so Wichtiges drinne? Ja, ist, ist egal, ich lasse ihn jetzt hier stehen. Nein, ich habe abgesperrt. Kommt alle nicht rein, das ist geheim, ja? Okay, gut. So, Lufti, ich bin dann wieder weg. Ich glaube, ich komme jetzt die Vierlein. Lufti, Lufti, komm mal ganz kurz. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Guck mal, wenn, 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 wenn nichts passiert, bis ich wiederkomme, alles gut, dann gebe ich dir eine halbe Million. Oha, Digga, das ist safe, Digga. Kannst du auch über Nacht hier lassen, dann. Ja, dann pass drauf auf, ja. Alles klar. Ich würde sagen. Kannst du hier irgendwas machen, geht weg von meinem LKW. Ey, ich kriege eine halbe Million dafür, geht weg davon. Geht weg davon, Lufti, Lufti, weg. Ay, 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 was hat der für Kombo-Seite, der komische da. Scheiße. Lüfti, ich bin dann weg. Lass ihn nur jetzt. Turren, komm nochmal her. Mach, dass du wegkommst, Lufti. Lufti, pass auf, ja, pass auf drauf. Ich bin jetzt weg. Okay, Lufti, tschüss. Ciao. Nice, nice. Weißt du, was wir machen? Wir gehen einfach hier hin zu diesem LKW. Hä? Und wir schweißen das hier einfach auf. Ja, komm, komm, komm. Ich schweiß auf, wir klauen einfach die Sachen von denen. Hä? Was sagen die da? Guck mal. Ja, genau, gib mir Rückendeckung, gib mir Rückendeckung. Hey, die machen. Ey, Jungs, was macht ihr da? Man muss richtig fest schweißen. Ja, ich muss einem lauchen. Max gibt mir eine Lückenmassage. Ich habe kaputte Lücken. Ah, viel Arbeit, viel Arbeit. Ah, okay. Das ist natürlich korrekt für Max. Aber das sieht nicht aus wie eine Rückenmassage, Max. Ah, doch. Oh, danke schön, Max. Äh, was? Das Schweißgerät hier lag schon auf dem Boden. Hä? Wo wollt ihr die das Ding aufschweißen? Ey, Jungs, ich richte für eine halbe Million, lass das mal in die Scheiße in Ruhe jetzt. Ja, aber leg doch mal Luft. Wenn wir eine halbe Minute dafür bekommen, was da drin ist, was da, was das wird. Ey, bei halben Minuten ist mir das scheißegal, was da drin ist. Dann können kleine Twans dran sein, das würde mich nicht jucken. Du bist ein blöse, blöse Blödmann. Blödmann. Ich glaube, wir müssen bald ein bisschen Kontakt raus machen, äh? Du nicht nett zu mir bist. Äh, ähm, Twan. Sag mal Autoreifen. Ich sag. Au. Entschuldigung, Max. Was ich soll sagen? Autoreifen. Sag mal Autoreifen. Hahahaha. Ja, ey, schlag doch Max weiter. Das ist schön, das ist schön. Ähm, Jungs, was wollen wir machen heute? Hey. Autoreifen. Ah, 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 ah. Oh, du kleiner Pisser. Ah, 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 ah. Guck mal, rechts, links, bam, bam, bam. Es ist nicht zu viel, ich bin weg. Huch, ich bin ausgerutscht, sorry. Kein Problem, ich bin ausgelutscht. Leute, Leute, beruhigt euch jetzt mal hier. Lass mal doch jetzt... Kannst du mal kurz halten? Oh Gott, Granate! Ey, Jungs, lass doch mal abchecken, was da mit dem LKW von Russack los ist, Mann. Okay, ey, Jungs, scheiß drauf. Ey, Max, ich weiß, dass du dich da reinschweißen wolltest, aber ich muss ja erstmal so tun, als wenn ich da voll gegen bin. Lass doch 50-50 einfach machen. Max, hast du Sprengstoff da? Nee, Digga, wir dürfen das nicht aufsprengen. Wie? Aufschweißen? Ich würde das ehrlich aufschweißen, Bro. Ich hab gerade schon... Ey, kein Problem, Jungs, geht das zusammen. Nein, 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 warte, beruhigt dich, beruhigt dich. Warte, 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 warte. Ich hab da gerade schon rumgeschweißt. Lass mich mal was testen. Nee, das geht nicht, der ist gepanzert. Der ist gepanzert. Kannst vergessen, kannst vergessen. Hab versucht, die Tür aufzumachen, aber geht nicht. Vielleicht müssen wir doch springen. Kein Problem. Ey, zuh, 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 warte, 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 warte. Der andere Wohnwagen geht doch in die Luft. Okay, Max, auf drei, ja? Okay. Eins. Zwei. 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 Hä? Digga, das Ding hat sich nicht bewegt. Was denn für ein Panzer, Alter? Hey. Jetzt kommt One Special. Ey, hohoho, warte, 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 warte. Zwei, eins. Ja, let's go. Oh. Oh mein Gott. Alter, der ist unzerstörbar, Bro. Digga. Da ist doch ein One Special aus. Mit dem Ding kann man Bankauslauben gehen. Nee, 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 nee. Wir gehen keine Bankauslauben. Das haben wir schon mal mit dir durch, Digga. Da hab ich keinen Bock drauf. Ja, geh ohne, Digga. Ich brauch nur Männer. Ey, Jungs, warte mal. Ich werd grad angerufen. Hallo? Ja, Max, was geht hier mit den Jungs? Was ist los, Paul Berger? Ich chill grad mit den Jungs. Aliens. Aliens. Oh mein Gott. Guck mal nach oben. Digga. Was ist das? Das ist ein Zeppelin. Das ist kein Scheiß-Alien. Oh, hab er wiss? Ich hab er wiss. Au, 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 au. Hä? Twan? Bist du geisteskrank, Digga? Mal um. Ich hab gedacht, Amerikaner kommen wieder. Digga, wir sind in Los Santos. Das ist Amerika. Ist doch klar, dass die Amerikaner sind. Oh. Seiße, das stimmt. Ja, das stimmt, ne? Der Firmware IQ von dir, der ist grad übertroffen worden. Ja, und wieso... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Hallo? Uuh. Das ist auch ein Amerikaner, oder? Ey, Twan, ist das deine Freundin, oder? Was, du hab ich gesagt? Ich kann das nicht, Splaced. Aber du bist ja Katastrophe. Was? Ja, das ist ja auch ein anderes Mal. Ja, das ist zu sehen. Hier, Twan war das, Twan war das. Hier, der, der... Au, au, au. Warum, du mir gehmalhohn, du einundleisiger, du lass ... Der war das. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der, die Waffe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ohoho, Scheiße, Scheiße, scheiße. Twan, hol deinen Raquelm einfach raus. Hey, ey, hier bleib stehen, Junge. Hier, wir können hier rüber. Ich kruppel ihn weg. Ich kruppel ihn richtig weg jetzt. Max, Max klärt das schon. Das ist ein Stück Scheiße. Komm her, kleiner Hund. Der Kelp. Oh mein Gott. Jetzt richtig einen überall. Jungs kommt der. Jungs, seid ihr hinter mir? Hä? Wo? Wo bist du? Ich renne ihm hinterher. Oh mein Gott, der ist richtig schnell. Komm zu mir. Oh mein Gott. Oh, da sind sie. Sehr gut. Ich glaube jetzt. Oh, ich bin losgefallen. Warte, jetzt kriegt er eine Wunde. Hä? Hä? Guck mal, wie der springt. Holy shit. Ich kann so nicht auf den Tisten, wenn der so viel bewegt. Mal gucken. Der Kudel auf die. Oh mein Gott. Hast du ihn erwischt? Ich glaube schon. Lass schnell nachgucken. Das sind die Alienjäger. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hey, da fährt jemand. Ja, ich bin's. Ah, okay. Die läuft doch nicht. Ich glaube, wir haben die erledigt. Ja, ja. Der hat eine Packung kassiert. Oh, Entschuldigung. Oh, das war aus Versehen. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ups, ups. Aus Versehen ist mit dem Magazin auf deinem Auto ausgelernt. Dufti. Der Motor hat sich eben explodiert. Digga, ich schwör's dir, ich jag dich bis ans Ende deiner Tage, wenn das so sein sollte. Ich glaub, aus Versehen, ich weiß aber nicht, was passiert ist genau. Hey, Jungs, lass doch mal diesen Alien jetzt weitersuchen. Wo ist der denn? Ey, was hat denn der Paul Berger gesagt? Der hat einfach nur Alien, Alien, Alien geschrien und dann, äh, keine Ahnung. Ja, aber der, war der im Clubhouse oder warum hat der das gesehen? Naja, der war bei mir zuhause. Ruf ihn mal an, ruf ihn mal an. Ich brauch mehr Infos, brauch mehr Infos. Okay. Ey, Paul Berger. Max, Max, die sind weg, die sind weg. Ja, wo hast du denn grade? Die haben gesagt, irgendein Alien wurde abgeschossen, die gehen zur Verstärkung, Leute töten. Max, die sind weggegangen, alles wieder gut. Okay, 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 alles gut. Ähm. Alles wieder gut, ja. Weißt du was? Haben die vielleicht irgendwas mit Mount Chiliad oder so gesagt? Nee, die haben mir gar nichts gesagt. Die haben gesagt, Alien, Hilfe. Äh, die haben mit ihnen geredet? Wie, die haben mit dir geredet oder was? Ja, ich hab Fußball bisschen gespielt, die kamen zu mir so und dann ich so, ja, was seid ihr für Kaspern Theater? Und die so, ja, das sind Aliens, aber haben so komisch äh, 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 geredet. Und dann ich so, äh, was wollt ihr? Und dann plötzlich ratten die ausdrehen durch. Ich ruf dich nachher. Wo kann man die Idioten jetzt finden? Ich weiß nicht und such, tu sie selber. Ich hab keine Lust auf sie, die waren echt böse. Aha. Ja. Okay. Ja, gut dann. Wir gehen jetzt weiterspielen, lass dich in Ruhe. Tschüss. Hm. Weißt du was ich glaube? Erzähl. Wir müssen auf den Mount Chilliard. Da ist doch dieses Alien-Mystery. Du meinst Area 51? Ich bin dafür, wir fahren nur auf den Mount Chilliard. Ja, fahr, 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 fahr. Wir müssen rausnehmen, was da passiert. Das ist bekannt dafür, dass da schon mal Alien-Aktivitäten waren. Okay. Nein, ich hab ne bessere Idee, Jungs. Warte, wir fahren zu Trevors Airfield und dann nehmen wir uns ein Hedi und fliegen hoch. Auf zu schießen, Touren. Ich bin nicht am schießen, da ist dein Verlückter Beifaller. Ah ja, die Kugeln kann ich rückwärts fliegen lassen, ja? Ja, genau. Die Kugeln klassen bei mir ein. Pass auf, Lofty. Lofty, du ein großer Lügner. Lofty, du wolltest mich eben verladen, Max. Ein Alien. Ach. Ja, Lofty macht ein Gleichsieger. Es ist halt viel, viel ein und Gleichsieger. Hä? Digga. Oha. Was denn? Oha. Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Lol, ey, da vorne ist der doch. Ich seh nichts, wo denn? Doch, hier, da wo diese Laserstrahlen herkommen, siehst du, hast du nicht gesehen? Ich seh keinen Laserstrahl. Doch, da hinten. Oh mein Gott. Hey, shh, shh, wir müssen uns anschleichen. Wer ist das? Touren. Hm. Ich glaube, es wird Zeit für ein Touren-Spezial auf Alien. Max. Stop, 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 stop. Ah. Nein, 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 warte, jetzt können wir nicht mehr. Er hat uns gesehen, er hat uns gesehen. Doch, doch, ich zeig ein, zeig ein, zeig ein. Wir holen ab, wir holen ab, wir holen ab. Okay, wir holen ab, komm, 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 komm. Max, komm, Max, komm. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Niemals, Lofty. Hä? Wo bist du, wo bist du? Nimm mich mit, nimm mich mit, nimm mich mit. Nimm mich mit, nimm mich mit. Nimm mich mit. Doch, 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 doch. Nimm mich mit. Hey, der quellt uns ab und macht die Wind. Hey, hau ab. Tschüss, Jungs. Ich darf mit Alien hier. Warte, 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 warte. Scheiße. Jungs, der frisst die Kugeln, als wenn's Cornflakes sind. Ich retter den jetzt sogar. Ey, er hat sich einen UFO gespawnt. Er hat einen UFO gespawnt. Nein, der darf nicht abhaunen. Jungs, der ist unbesiegbar. Warte, es gibt eine Sache, gegen die er nichts machen kann. Oh mein Gott. Woher weißt du das, Max? Ich hab Aliens studiert. Und zwar Feuerlöscher. Daran stirbt er. Nein, der soll nicht sterben. Doch, der muss sterben. Der hat Angst vor dem Feuerlöscherrauch. Hä, wo ist er jetzt hin? Es vergiftet seine Atemwege. Oh mein Gott, da oben. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich geh jetzt hoch und gib dem ne Packung im Feuerlösch. Nein, vielleicht können wir mit ihm reden. Hallo. Scheiße. Der hört uns nicht. Hast du ihn umgebracht? Nein, nein, nein. Ey, Max, lass uns weiter hoch, lass uns weiter hoch. Wir müssen gucken, was hier ist. Ey, guck mal, da ist er, da ist er. Oh mein Gott. So, Stück Scheiße. Wenn du nicht zu nah kommst, werde ich dich mit Feuerlöscher testen. Ey, der kann reden. Ich hab den verstanden. Hast du den auch verstanden? Naja, der hat uns Sprache studiert. Hallo. Oh mein Gott. Oh, wie viele hier sind. Guck mal, die haben zwei Gefangene. Die haben zwei Gefangene. Die müssen wir retten. Oh nein. Oh nein. Okay, der ist krank. Der ist krank. Ey, der schießt auf uns. Der schießt auf uns. Nee, er will uns warnen. Na, was will das denn tun? Was willst du haben? Ich warte, du dann warte mir mal zu das Offenummer aufheben. Ich will Morrison aufheben. Wozu بنzen Win他的Simran! So, hier. Offo baum? Max, Max, Max. Komm her. Max, komm her. Ja, ja. Wissen. Ob die uns Superkräfte oder so verleihen können. Meinst du nicht? Weiß nicht, Digga. Kann ja versuchen. Ich bin nur froh, dass Tuan nicht hier ist, weil der würde wieder die ganze Show aufstehen. Warte, lass mich kurz mit ihm reden, ich hab ne Idee. Ey, langer Lulac, komm mal rüber. Ey, ich rede vielmehr mit dich, ich rede vielmehr mit dich. Kannst du Superkräfte machen? Menschen töten? Nein, Superkräfte. Menschen töten? Nein, 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 nicht Menschen töten. Er dreht durch, er dreht durch. Ich rufe Tuan anrufen, Tuan, wir brauchen Unterstützung. Tuan, wir brauchen Unterstützung. Hm, sind die mit Blauchen? Nein, ich verstehe, der war ja klar. Tuan, gib uns der Abholung, der dreht hier durch. Und let's go. Oh mein Gott, ich hab so viele, ich hab überfallen. Nein, nein, nein. Nice, nice, nice. Ich komm, ich komm, ich komm. Schnell, schnell, schnell. Er dreht durch. Tuan, oh mein Gott. Ich war noch nie froh, dich zu sehen. Er hat ganze Sipschaft überfahren von Aliens. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Weg hier. Ah, ah. Halt, Paffel. Hey, Max, Tuan. Ja. Seid ihr bei der zweiten Folge dabei? Auf gar keinen Fall, aber ich muss ja natürlich rum, ey. Ich helfe. Wenn es darum geht, die verrückten Aliens alle zu eliminieren, bevor sie die Menschheit ausrotten. Ich würde sagen, lass dein Like und dein Abo da. Check die Jungs ab unten in der Beschreibung. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace. Süß. Vielen Dank.